So, kein Bock mehr auf die Kacke hier in Paris. Ich mach ne Fliege. Entschuldigung, wo willst du denn hin, Lionel? Mir völlig schnuppe, Paris. Hauptsache, weg von hier. Nochmal für dich zum Mitschreiben. Keiner kann oder will sich dein Gehalt leisten, Opa. Also, den Ball mal flach halten. Moin, moin aus Hamburg. Also, wir hätten Interesse, wenn's wär. Ja, SV? Das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Naja, das Gerücht gibt's auf Transfermarkt wirklich. Was? Ja, und die Wechselwahrscheinlichkeit beträgt 72%. Denn, denn, denn ist steigend. Ich sag's doch, Messi kickt nächstes Jahr im Volksparkstadion gegen Sandhausen und den SSV Jan Regensburg. Naja, ich muss gestehen, nicht unbedingt mein Traumziel, aber immer noch besser als PSG. Bei dir piept's doch wohl. Also, die Nummer ziehst du doch nicht wirklich durch, oder? Ja, also, wenn's auf Transfermarkt steht, dann zieh ich das jetzt auch durch. Und du schießt uns dann endlich wieder in Liga 1, Leo, ja? Oh, kleine Brötchenbacken, HSV. Das hat der Simon Terodde schon nicht geschafft. Wie bitte schön, soll ich das dann bitte schaffen? Oh, ach ja. Naja, egal. Herzlich willkommen auf jeden Fall hier in Hamburg, Leonel. Wie sagt man so schön? Moin, moin, Hamburg. Was meint ihr? Ist an dem Gerücht was dran? Und wechsle ich tatsächlich zum HSV?